Weidmannsheil, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Weidkameraden, vor uns liegt eine spannende Herbstjagd in den Kärntner Bergen. Die Vorfreude ist groß, denn eine Bergjagd ist für uns nicht alltäglich. Nachdem es ein Jahr später zu einem Wächterwechsel kam, war es auch das letzte Mal, dass wir in diesem Revier jagen konnten. Die für uns unvergesslichen Eindrücke und Erinnerungen haben wir in diesem Video zusammengefasst. Das warme Unterhusel ist das Wichtigste. Ohne dem geht es nicht. Dann kriegen wir dann Es blieb keine Zeit mehr, die Zimmer zu beziehen. Rasch wurde das Nötigste herausgekramt und kurze Zeit später ging es los. Vor uns lagen zwei Ansätze, wobei zumindest einer mit herrlichen Anblick und aufregenden Jagdmomenten trotz heftigem Sturm belohnt wurde. Nicht vergessen, wenn euch unsere Filme gefallen, lasst doch einen Daumen hoch und bitte ein Abo für uns da. Schreibt uns doch in euren Kommentaren, was ihr zu dieser Jagd zu sagen habt. Wir sind jetzt unterwegs, hinauf, über die Baumgrenze und schauen wir mal, was der heutige abbringt. Ich muss jetzt leider anmerken, es ist ein wunderschönes Revier und wir befinden uns da in einem sagenhaften Umfeld und dass wir das gemeinsam in gewohnter Teamatmosphäre erleben können, das ist ein großes Glück. Wir gehen heute auf Rotwild und bei Kalmwild wird in der Prunft geschont. Wir haben vor, einen Kirsch bis zu einem Achter zu legen. Und geben sie ohne Kategoriebeschränkung. Und falls ein Rebook noch kommen sollte, ist auch dieser frei. Wir freuen uns wahnsinnig da jetzt auf den Ansatz. Musik 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 Ich bin hier schön. Wir sind gleich oberhalb von der Baumgrenze und da hinter uns oben ist der Hochsitz wo wir hingen heute. Wir sind gleich oberhalb von der Baumgrenze und der Baumgrenze und der Baumgrenze und der Baumgrenze. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sitzen jetzt ungefähr 20 Minuten und der Wind bläst ziemlich heftig. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und hoffentlich sehen wir etwas bis jetzt noch keinen Anblick und wir haben doch ein sehr, sehr weites Sichtfeld. Aber so ist es bei der Järgerei. Es gab nicht alles gleich innerhalb der ersten 5 Minuten, wie wir es normalerweise heuer geworden sind. Stimmt. Sie sind enttäuschend. Nein, es ist wunderschön. Für morgen ist ein Schlechtwetereinbruch, früher gesagt. Wenn es regnen wird und in der Höhe, wo wir uns befinden, könnte es schon sein, dass ein bisschen Schnee dazukommt. Das ist ein Schlechtwetereinbruch. Das ist ein Schlechtwetereinbruch. Das ist ein Schlechtwetereinbruch. Ein Wanderer. Na ja, was hat er auf? Mit Hund. Geht es da der Bergrechte da drin? Der Ansitz ist vorbei. Gesehen haben wir nichts. Außer einige Abends auf 500 Meter oder mehr. Aber die sind immer zu filmen gewesen. Und hinten, im Hintergrund, geht gerade der Mond auf. Zumindest das ist wunderschön. Sonst ist es saugold. Also es hat sicher nicht mehr als 2-3 Plusgrade. Wir fliehen und gehen jetzt nicht los. Bei den Zeichen. Guten Morgen. Es ist, glaube ich, halb 7. Und es wird schon immer weg. Und wir gehen jetzt auf Gams und Hirsch. Und der Wind hat aufgehört. Oder es ist leichter geworden während der Nacht. Ein Riesensturm. Und unmöglich, dass wir früh rausgehen würden. Und jetzt hat er aufgehört. Jetzt müssen wir zusammen gehen. Schauen wir mal, was wird. Wir werden sehen, was die hier schlimm machen. Genau. Oder die Gams. Das werden wir gleich hören, wie wir rausgehen. Warte. Ja. Ah, okay. Ach, da haben wir es erwischt. So nimmt er nicht weg. Aufgehört hat er nicht, der Wind. Gell? Ja, aufgehört er nicht. Da müssen wir noch abdrehen. Wie ein Windhund. Das ist jetzt klappt. Ja. Warte mal, hören wir mal eine. Gucken wir mal was hören. Grotwind. Da drüben auf der Wiese. Aber das wird noch zu finster sein. Und das ist dann ein Mix. Na ja, mal da ist jetzt etwas sehr. Das ist eine positive. Die positive. Die positive. Ja. Das war's für heute. Das sieht gut aus. Zwei Rebücke haben wir schon gesehen. Zwei Stück Rodel. Es geht gut an. Schauen wir mal, vielleicht sind wir doch erfolgreich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Die Anstrengung des Chessels. So Untertitelung. BR 2018 www.feyyaz.tv Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020